Der Schrexengarten Echo hatte sich noch immer nicht daran gewöhnt, die Schrexengasse bei Nacht zu betreten. Obwohl er wusste, dass die alten, knotigen Häuser unbewohnt waren, wurde er den Eindruck nicht los, beobachtet zu werden, wenn er zwischen ihnen hindurch schlich. Der Nebel kam ihm vor wie ein lebendiges Wesen, eine Riesenschlange aus wattigem Dunst, die sich um die verlassenen Holzhütten wälzte. Auf flinken Pfoten gelangte er zu Itzanoelas Haus. Als er die Veranda betrat, hätte er schwören können, dass sie unter seinem ersten Tritt zusammenzuckte und die Haustür schwang auf, ohne dass er laut gegeben hatte. Die Schrexengasse saß am Küchentisch und stopfte sich schnell etwas in den Mund, von dem Echo glaubte, dass es lebendig war. Hastig schluckte sie es hinunter. »Was für eine Überraschung! Guten Abend!«, wünschte sie würgend. »Du machst von deinem Besuchsrecht ja schneller Gebrauch, als ich vermutet habe.« Itzanoela musste aufstoßen. »Guten Abend!«, wünschte auch Echo. »Ich muss mir die verbliebene Zeit gut einteilen. Ich kann es mir nicht leisten, Sachen auf die lange Bank zu schieben.« »Du hast es wirklich drauf, Leuten ein schlechtes Gewissen zu verschaffen, Kleiner. Seit deinem letzten Besuch habe ich Schlafstörungen.« »Das tut mir leid,« sagte Echo. »Ich will auch nicht lange drumherum reden. Ich möchte dich nochmals um Hilfe bitten.« Itzanoela sandte einen Blick zur Decke. »Ich habe es geahnt,« seufzte sie. »Ich hatte die Idee, dass wir beide unsere Fähigkeiten zusammentun,« begann Echo. »Ich dachte, ich habe keine Fähigkeiten,« unterbrach Itzanoela. »Wovon redest du?« »Das glaube ich nicht. Irgendetwas über das Schrexenwesen musst du wissen. Du bist auf eine Schrexenschule gegangen. Du hast eine florierende Praxis.« »Naja, und?« »Wenn Eispin euch an der Ausübung eurer wahren Fähigkeiten hindert, müsst ihr etwas können, wovor er sich fürchtet.« »Itzanoela, ächzt du. Das hast du schon mal behauptet. Worauf willst du hinaus?« »Ich denke, der Alchemismus ist vom Schreximismus so weit nicht entfernt. Wenn dein Wissen löchrig ist, biete ich dir all meine Kenntnisse über die Alchemie an. Wir könnten unser beider Wissen zusammenwerfen. Vielleicht kriegen wir gemeinsam etwas hin.« »Was willst du denn hinkriegen?« Echo zögerte. »Also, äh, wie wäre es? Mit einem Liebestrank?« Die Schrex erhob sich abrupt. »Ein Liebestrank?« »Nun ja, durch gewisse Ereignisse der letzten Zeit bin ich davon überzeugt, dass Eispin gar nicht so ein kaltes Herz hat, wie alle glauben. Er ist durchaus in der Lage, sich zu verlieben. Und da dachte ich, ein Liebestrank...« »Moment mal!« rief Itzanoela. »In wen soll er sich denn verlieben?« »Na, in mich?« sagte Echo schüchtern. Die Schrex ließ sich wieder in ihren Stuhl fallen. »Das ist dein Plan.« »Wenn er in mich verliebt ist, wird er mich vielleicht nicht mehr umbringen wollen.« »Du meine Güte!« rief die Schrex. »Warum habe ich dir bloß die verdammte Tür aufgemacht?« »Es ist nur eine Bitte. Keine Forderung«, sagte Echo. »Wenn du mir nicht helfen willst, muss ich das akzeptieren. Ich werde einfach gehen und wir sehen uns nie wieder.« Die Kratze trippelte zurück zur Tür. »Jetzt warte doch mal«, sagte die Schrex. »Ein bisschen Bedenkzeit habe ich ja wohl.« Echo blieb stehen. »Du überlegst es dir?« »Ich habe jedenfalls keine Lust darauf, dass du mich mein Leben lang in meinen Träumen verfolgst. Wie letzte Nacht. Du hattest deinen Kopf unter den Armen, wie der kopflose Kater.« Echo kam zurück zum Tisch gelaufen. Die Schrexe stöhnte. »Also, überlegen wir mal einen Liebestrank.« »Nun ja, das ist Grundwissen für eine Schrexe.« »Aber selbst mein Grundwissen ist dürftig.« »Ich müsste in der einschlägigen Schrexenliteratur nachsehen.« »Und wir brauchen nicht irgendeinen Liebestrank.« »Wir haben es mit Eispinnen zu tun.« »Weiß der Henker, gegen was der sich alles immunisiert hat.« »Wir bräuchten einen sehr mächtigen Trank.« »Das ist der richtige Geist«, lobte Echo. Die Schrexe räusperte sich. »Und dann ist da noch was.« »Was denn?« »Eine Bedingung.« »Eine Bedingung? Welche denn?« »Die Schrexe wurde feuerrot.« »Naja, ich finde es nicht klug, dass er sich in dich verlieben soll.« »In wen denn sonst?« »Na, beispielsweise in mich.« »In dich?« »In dich?« fragte Echo erstaunt. »Äh, ja. Wenn er sich in dich verliebt, lässt er dich vielleicht nie wieder gehen. Wenn er sich in mich verliebt, kann ich ihn sicher dazu bringen, dich freizulassen.« Die Schrexe hüstelte. Ein paar Schweißperlen standen ihr auf der Stirn. »Klingt irgendwie plausibel«, sagte Echo. Er glotzte die Schrexe unverhohlen an. »Aber da ist noch was anderes, stimmt's? Warum bist du denn so rot im Gesicht?« Die Schrexe stand auf und tänzelte um den Tisch wie ein kleines Mädchen. Sie verknotete die Finger und sah zu Boden. »Du hast mich mal gefragt. Warum ich immer noch in Sled Vaya lebe. Und da habe ich gesagt, dass ich geblieben bin, weil es keine Konkurrenz mehr gab.« »Na und?« »Das war nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist...« Sie stockte. »Ja?« half Echo nach. Die Schrexe hob den Kopf und sah Echo geradewegs an. »Ich bin in Eispinnen verknallt. So, jetzt ist es raus.« Echo setzte sich auf seinen Hintern. Ihm war, als hätte man ihm die Beine weggezogen. »Ist nicht wahr. Du veräppelst mich«, keuchte er. »Was soll ich machen?« rief Izanuela. »Ich bin nun mal verliebt in den alten Uhu, wo die Liebe hinfällt. Hehehe, ich kann nichts dafür. Es war Liebe auf den ersten Blick. Er kam rein, hat meine Bibliothek mit Schrexenflüchen gefendet, die Prophezeiungssteuer um 200% erhöht und mir eine Woche verschärften Kerker verpasst, weil die Ladenkasse nicht im vorschriftsmäßigen Abstand zur Pulverwaage stand. Und das war's. Ich war hin und weg. »Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir eine romantische Beziehung zwischen einer Schrexe und dem Schrexenweißer Eispin nur sehr schwer vorstellen kann«, sagte Echo. Er war immer noch wie benommen. »Es ist ja auch eine sehr einseitige Beziehung. Ich liebe ihn und er hasst mich. Aber so war das mein ganzes Leben lang. Ich gerate immer an den Falschen.« »Du kannst dir wirklich vorstellen, mit Eispin zu leben?« »Jeden Abend sitze ich am Fenster, starre hinauf zur Burg und stelle mir vor, wie ich ihm die Socken wasche und solche Sachen. Und das mir. Ich bin bekennende Schreximistin.« Izenuela riß die Augen auf und schielte furchtbar. »Ich habe den großen Schreximistin-Marsch auf das Bürgermeisteramt von Buchting angeführt. Wir haben unsere amtlich vorgeschriebenen Schrexenkittel ausgezogen, öffentlich verbrannt und sind dann nackt und singend durch die Stadt marschiert.« Die über ihre Jugenderinnerungen offensichtlich in Wallung geratene Schrexe reckte die geballte Faust in die Luft und sang in krächzendem Falsett. »Wir sind Schrexen, wir sind stolz, bringt herbei das Feuerholz. Heute sollen die Kittel brennen, heute lernt ihr Schrexen kennen, und zwar nackt, mit Haut und Haar. Schrex sein ist wunderbar.« Als Echo begriff, dass die Schrexe tatsächlich anstalten machte, sich die Kleider vom Leib zu reißen, rief er schnell, »Und, was passierte dann?« Die Schrexe hielt inne, ließ den Rocksaum sinken und lächelte verzückt. »Na ja, die Leute haben natürlich geschrien vorgeentsetzen. Stell dir das mal vor, hunderte von nackten Schrexen in den Straßen singend und tanzend.« Bei dieser Vorstellung richteten sich Echos Nackenhaare auf. »Danach war Schluss mit Schrexenkitteln, das darfst du mir glauben. Schrexen dürfen sich seither kleiden, wie sie wollen.« »Wir kommen ein bisschen vom Thema ab,« warf Echo ein. »Ich wollte ja nur darauf hinweisen, wie wieder natürlich mir das selber vorkommt. »Ich und Eispin, das ist so, als würde ein Frosch einen Storch lieben.« »Nun gut,« sagte Echo, »ist zwar eine verrückte Sache, aber was soll's. Wenn das deine Bedingung ist, kann ich Sie akzeptieren. Du brauchst also den Liebestrank?« »Moment mal,« ich sagte, »ich kann es versuchen, und dazu brauche ich verschiedene Sachen. »Vor allen Dingen deine Hilfe.« »Gitlar, was willst du wissen?« »Nicht so schnell. Wir müssen erst mal in den Keller.« »Schon wieder,« dachte Echo, »jeder wollte mit ihm in den Keller.« »Aber Moment mal, aus Eispins Büchern über das Schrexenwesen wusste er, dass es Schrexen streng verboten war, ihre Häuser zu unterkellern, eine der sinnlosen Schikanen, auf die der Alte so stolz war.« »Ich dachte, Schrexenhäuser haben keine Keller.« Izzanuela grinste nur. »Aber vorher,« rief sie, als ob sie die Frage nicht gehört hätte, »muss unser Pakt besiegelt werden, auf schreximistische Art und Weise.« Echo machte sich auf ein barbarisches Ritual gefasst. »Und wie geht das?« fragte er ängstlich. »Wir geben uns einen Kuss, aber einen richtigen, einen Zungenkuss.« Echo überlegte einen Augenblick, auf der Stäche umzukehren und aus der Schrexengasse zu fliehen. Dann gab er sich einen Ruck und sprang auf den Tisch, um die Sache so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Die Schrexe stützte sich auf die Tischplatte und streckte ihm ihre Zunge entgegen. Sie war unglaublich lang und leicht grünlich. Zwischen den krummen Zähnen sah sie aus wie eine Schlange, die aus einem verwachsenen Urwaldgehölz hervorlugt. Echo trippelte noch näher, schloss die Augen, öffnete sein Maul und wünschte sich, seine eigene Zunge wäre wie damals vom Genuss des Kaviers verschwunden. Itzanoela presste ihre Lippen auf die Seinen. Es fühlte sich an, als würde ihm ein uralter Putzlappen, der über Nacht in einem Gurkenfass eingelegt worden war, in den Mund geschoben. Aber Echo hielt Stand. Itzanoela holte ihre Zunge wieder ein und öffnete die Augen. »Jetzt sind wir ein Team«, rief die Schreckse. »Echo und Isa, die unschlagbaren zwei, und nun gehen wir in den Keller.« Sie trat in die Mitte des Raumes und stampfte dreimal mit dem Fuß auf. »Grabstroprotznik, Jekyll, Hesemä«, rief die Schreckse und warf dramatisch die Hände hoch. »Kellergarten, öffne dich«, übersetzte Echo fragend. Itzanoela staunte. »Du kennst Urschrecksisch. Ich kann alle Sprachen.« »Donnerwetter, du bist wohl ein richtiger kleiner Streberkleiner.« »Ich musste sie nicht lernen. Ich kann es einfach.« Ein Rumpeln ging durch das Haus und Echo glaubte, dass sie ein Erdbeben herbeigerufen hatte. Und dann tat sich tatsächlich der Boden auf. Aber es war keine Naturkatastrophe, es war der Holzboden selbst, der sich gehorsam teilte und eine schräge und schiefe Treppe aus Wurzelsträngen bildete, die ins Dunkel führte. »Ist das eine Mechanik?«, fragte Echo hoch erstaunt. »So etwas gab es nicht mal den Eispins verwunschen im Gemäuer.« »Nein«, antwortete Itzanoela knapp, als sei damit alles gesagt. »Komm mit!« Sie stieg würdevoll die unebenen Stufen hinab, und Echo folgte ihr zaghaft. Unten angekommen, klatschte sie in die Hände. Schwärme von Leuchtkäfern erwachten, flogen auf, schwirrten herum und erfüllten einen Raum mit vielfarbigem Licht, der mindestens fünfmal so groß war wie die Küche oben. Wenn Eispin hiervon wüsste, hätte er mich längst auf seinem Schrecksengrill gebraten, egal, ob es ihm erlaubt wäre oder nicht. Das ist mein unterirdisches Refugium, mein Garten, mein geheimes Reich.« Echo bestaunte die geräumige Höhle mit Wänden, Decke und Boden aus feuchtem Lehm, der von Wurzelwerk durchwachsen war. Sie war angefüllt mit wurmstichigen Tischen, Hockern, Regalen, Stühlen und Bänken, von denen die Farbe abblätterte. Hier und da lagen alte Bücher, rostige Gießkannen standen auf dem Boden und an der Wand lehnten kleine Schaufeln und Harken. Die Möbel waren überladen mit Blumen, Kübeln und Tontöpfen, Schüsseln und Vasen, Terrakottakästen und Porzellantassen, Tiefen, Holztellern und Blecheimern. Die meisten Pflanzen, die darin wuchsen, waren echt unbekannt, aber ein paar wenige, wilde Rosen, Orchideen, Farne und Kakteen, hätte er mit ihrem botanisch korrekten Namen benennen können. Die überwiegende Anzahl der Pilze, Beeren, Moose, Kräuter und Blumen, die in diesem unterirdischen Garten wucherten, hatte er allerdings noch nie gesehen. Die Farbenpracht war genauso überwältigend wie die vielfarbigen Düfte, die die Luft schwängerten. Die Schreckse tänzelte ihm voran durch die engen Wege zwischen der Pflanzenpracht und deutete mit spitzen Fingern mal hierhin und mal dorthin. »Also da wären die gewöhnlichen Gewächse, die jedermann kennt«, flörtete sie bestens gelaunt, »Bärlauch und Maiglöckchen, Waldmeister und Wacholder, Lavendel und Schlafmohn, Pestwurz und Siebenmännlein. Hier Pimpinelle und Seifenkraut, Silberlack und Degendistel, Petrosilie und Adonisröschen. Das hier sieht aus wie ordinäre Brennnessel, brennt aber zehnmal so stark. Das da ist der doppelzüngige Natternkopf, das hier ist Gimpelginster, dort Tussilago und das blau-gelbe da ist Trigonelle. Hier wächst ein bisschen Venuszaar und Sumpfporst, beide giftig, also Pfoten weg. Die beiden dort sind Katzenpfötchen und Hundezunge, sie sollten eigentlich nicht zusammenstehen, die können überhaupt nicht miteinander...« Überall quollen dicke Wurzelstränge aus den Boden und den Wänden, manche hingen von der Decke herunter. Echo hatte eine unerklärliche Scheu, über sie hinwegzuklettern und versuchte stets, sie weiträumig zu umgehen. Die Schreckse wandte sich einer anderen Abteilung zu. »Hier wird es schon interessanter. Das sind Gruselpflanzen aus dem großen Wald, die die wenigsten zu sehen kriegen. Du glaubst gar nicht, wie schwierig es ist, sich die zu besorgen. Gespenstergras, Friedhofsmoos, Dämonengänster, Hexenhutpilze, Totentrompeten, blutrotes Henkerbeil, Gruselgras und kalter Fingerling. Man kriegt schon von den Armen eine Gänsehaut. Aber daraus kann man erstaunliche Säfte destillieren, besonders aus den Pilzen. Aus diesem Leichenschwamm hier habe ich einen Hustensaft gemacht, der zwar nicht besonders gut gegen Husten hilft, aber wenn du ihn genommen hast, fang deine Haare so schön an zu singen, dass du den Husten völlig vergisst. Echo war verwirrt. Hatte Itzanuela nicht gesagt, das wirksamste Mittel, über das sie verfügte, sei Kamillentee? Hier aber gab es Gewächse, mit denen man einer Armee Halluzinationen verschaffen konnte. »Wie können all diese Pflanzen hier unten wachsen?« fragte er. »Ohne Licht?« Itzanuela wühlte mit beiden Händen in einem Kübel und hielt Echo etwas lockere Pflanzenerde unter die Nase. Darin wimmelten lange Würmer, die hellrot leuchteten. »Lavawürmer«, sagte die Schreckse, »ich tue sie in jeden Topf. Sie spenden Wärme und Licht. Mehr macht die Sonne auch nicht. Ach was, sie sind sogar besser als die Sonne, weil sie immer Wärme spenden, auch nachts. Das heißt, hier gibt es gar keine Nacht, auch keinen Winter, keine Wolken, keinen Sturm, keinen Hagel, keinen Frost, einfach gar kein schlechtes Wetter. Das ist das Pflanzenparadies, das Elysium für alles, was Wurzeln trägt. Wenn ich eine Blume wäre, würde ich hier wachsen wollen und nirgendwo anders.« Sie ging hinüber zu einem knorrigen Regal, das von einem roten Vorhang aus Samt bedeckt war. »Aber willst du mal was wirklich Besonderes sehen?« fragte sie. Echo nickte. Natürlich wollte er. »Dies ist mein Pflanzentheater, die höchste Stufe pflanzlicher Kultur. Man könnte es auch das Regal der beweglichen Pflanzen nennen, aber das wäre eine irreführende Kategorisierung, denn eigentlich bewegen sich alle Pflanzen. Aber die meisten tun es so langsam, dass das Auge es nicht wahrnimmt. Die hier sind etwas flinker.« Die Schrechse zog den Vorhang zur Seite und imitierte mit den Lippen einen kurzen Fanfarenstoß. »Darf ich vorstellen? Das da ist der Tanzende Wegerich.« Die Pflanze im obersten Regal, auf die Izanuela deutete, machte ihrem Namen alle Ehre. Es war eine schöne Blume mit rotem Blütenkelch, die mit ihrem langen grünen Stiel und ihren dünnen, durchsichtigen Blättern einen eleganten Schleiertanz vollführte. »Die daneben ist die Kobra, Distel. Bitte Vorsicht, die sticht blitzschnell zu.« Das stachelige Unkraut machte nur eine fast unmerkliche Bewegung. Ein angespanntes, lauerndes Zittern ging durch seinen Leib, aber Echo ahnte, wie überraschend es seine giftigen Stacheln zustechen lassen konnte. »Der da ist Drosselfarn, der erdrosselt Tiere bis zur Größe einer Drossel. Trotzdem empfehle ich Zurückhaltung, erschreckt sicher auch vor einer Kratze nicht zurück.« Der Farn ließ einige seiner Ranken knallend durch die Luft peitschen und Echo wich einen Schritt zurück. »Im Regal darunter der zuckende Feizling. Wenn du dir aus dem einen Salat zubereitest, kriegst du den Feiztanz, so wie er. Du tanzt drei Tage und fällst dann tot um. Die Pflanze warf sich und ihre großen Blätter so heftig hin und her und vor und zurück, dass der Topf wackelte und die Blumenerde herumflog. »Er hat wirklich einen Knall«, flüsterte die Schrecks und tippte sich gegen die Stirn. »Das wogende Zeug in dem grünen Kübel ist Briesengras, dem gucke ich gerne zu, wenn ich Entspannung benötige. Nach fünf Minuten Briesengrasbetrachtung schlafe ich ein.« Das Gras bewegte sich, als ginge eine zarte Brise durch seine Halme, obwohl hier unten in der Höhle kein Lüftchen wehte. Echo fand, dass es auch auf ihn eine beruhigende Wirkung hatte. Langsam fing er an, sich an die seltsame Umgebung zu gewöhnen. »In dem gelben Topf wächst applaudierender Klatscherich. Ich kann mir nicht helfen. Mir ist diese Pflanze ein bisschen zu enthusiastisch.« Als die Schrecks auf den Topf deutete, fing die tulpenähnliche Blume darin an, wie wild, mit ihren Blättern zu klatschen. »Ich finde sie lustig,« sagte Echo. »Das genaue Gegenteil davon ist der Schüchterspargel hier, auch ein Gewächs des großen Waldes, schüchtern wie ein Backfisch.« Der ausgestreckte Zeigefinger Izanuelas veranlasste den Spargel, umgehend seinen errötenden Kopf in den mosigen Boden zu stecken und so zu verharren. Die Schrecks seufzte. »Bewegliche Pflanzen kommen jetzt immer mehr in Mode bei den Leuten, die normale Pflanzen langweilig finden, aber zu faul sind, sich ein Haustier zu halten. Ich finde, man sollte sie unter Naturschutz stellen, um sie vor derart beschränkten Pflanzenquälern zu bewahren. Die würden sicher auch noch versuchen, ihnen Trecks beizubringen.« »Geht das?«, fragte Echo. Die Schrecks sah auf ihre Fingernägel. »Nun ja, ich muss gestehen, dass ich dem Kletterfahnen da unten ein kleines Kunststück beigebracht habe. Die Versuchung war zu groß.« Sie schnippte mit den Fingern, und der Kletterfahnen zog seine Wurzeln aus dem Boden, stieg aus seinem Topf, machte einen Purzelbaum, verneigte sich und kletterte wieder zurück. »Nochmal«, rief Echo begeistert. »Nichts da«, sagte die Schrecks. »Wir sind hier nicht im Zirkus. Das ist ein seriöses Theater.« Sie zog den Vorhang wieder zu und sah sich um. »Mal sehen, was haben wir hier noch?« Izzanuela eilte an eine lange rote Holzbank. »Da sind die besonders angenehm duftenden Pflanzen versammelt. Zitronen, Melisse und Thymian, Rosmarin und Salbei, Orangenmohn, Muskatblüte, Spekulatiusbäumchen und Vanillesprossen, Marzipankartoffel, Mandelblümchen, Zimt, Zitrinelle.« Echo hielt sein Näschen begierig mal hierhin, mal dorthin. Sie dufteten alle herrlich. Die Schreckse ging zu einem klovigen Holzschrank, der von Efeu überwachsen war, und öffnete die Tür. »Hier drin habe ich die eher unangenehm duftenden Pflanzen eingesperrt«, sagte sie. Eine Wolke impertinenter Gerüche entwich dem Schrank, die Echo einen Satz rückwärts machen ließ. »Knoberich und Käswurz, Schwefelginster und Schweißtulpe, Pferdeapfelröhrling und ordinärer Mieferich, Furzfarn und Stinkstiefel.« Puh, sie fächelte sich frische Luft zu. »Ich muss gestehen, dass ich mich in dieser Abteilung mit dem Gießen immer ein bisschen beeile.« Izanuela knallte die Tür zu und ging zu einem Regal, das im Gegensatz zu den anderen aus reich verziertem, silbernen Metall bestand. »Widmen wir uns lieber den Schönlingen. Das hier sind Orchideen aus Kristall.« Echo bestaunte die wundervollen Pflanzen. Ihre Blüten sahen aus wie vergrößerte Schneeflocken, und jeder hatte eine einzigartige Form. »Bei diesem Prachtstück von Kaktus, bitte Obacht. Er wechselt zwar im Sekundentakt ganz wunderbar die Farbe, aber er verschießt auch seine giftigen Stacheln wie Pfeile, wenn er schlecht gelaunt ist. Er hat mich mal im Hintern getroffen, da hatte ich drei Tage lang Sodbrennen. Aber schön ist er schon, nicht wahr? Er leuchtet im Dunkeln.« Sie deutete wieder auf die einzelnen Töpfe und nannte die Namen. »Goldener Blottling, Frauenfreund, Kupferrose, Nachtigall und Kelch. Sie kann tatsächlich singen, wenn sie will. Engelshaar und blondes Prinzesschen.« Sie wandte sich einem anderen Kübel zu, in dem es zu brennen schien. Eine wunderschöne blaue Flamme kam direkt aus dem Torfboden und flackerte tänzerisch. »Ein Friedhofslicht«, erläuterte Itza Noela flüsternd. Als Echo gemeinsam mit der Schrechse näher hinsah, konnte er erkennen, dass die Flamme ein kindliches Gesicht trug und leise vor sich hin wisperte. »Es dauerte eine Weile, bis sich die beiden von der hypnotischen Erscheinung abwenden konnten.« »Aber wo Licht ist, ist auch Finsternis«, raunte Itza Noela und winkte Echo weiter. »Komm mit, ich zeig dir die Abteilung der nicht so hübschen Pflanzen.« Sie führte ihn zu einer klobigen Bank, die unter einem Tisch stand. »Ich muss zugeben, dass ich sie ein bisschen verstecke«, sagte die Schrechse. »Ihr Anblick deprimiert mich manchmal.« Echo sah die Gewächse an. Tatsächlich, sie waren bemerkenswert unattraktiv. Wo sonst schöne Blüten waren, wuchsen ihnen eitrige Geschwüre. Ihre Blätter waren verschrumpelt oder Kotfarben. Ihre Stiele verwachsen und stachelig. Buckliges Knöhmchen, Raffzahn, Knollenblätterpilz, Warzenwurz, Modermorchel, schleimiger Kröterich und Gammelpilz. Sie können einem richtig leid tun, die meisten von ihnen wurden fast ausgerottet, nur weil sie so hässlich sind. Dabei sind es hochwirksame Heilpflanzen, wenn man sie richtig dosiert. Der da heilt Rheuma. Jetzt konnte Echo nicht mehr an sich halten. »Du hast gesagt, du verfügst über kein wirksameres Mittel als Kamillentee«, platzte er heraus, »und hier wachsen überall die reinsten Wunderpflanzen.« Die Schrechse seien mitleidig an. »Das habe ich gesagt, um dich abzuwimmeln.« »Du bist aber auch wirklich leicht zu veräppeln. Ich habe ebenfalls gesagt, ich wäre die schlechteste Schrechse von Zambonien. Das war natürlich auch gelogen.« »Ach ja?« Echo horchte auf. Izanuela deutete auf ein Schriftstück, das in einem verglasten Rahmen an der Wand hing. »Siehst du dieses Diplom?« fragte sie. Ihre Stimme bebte. »Das ist von der Gralsunder Schrecksenakademie. Ich bin Diplom-Schrechse mit fünf Totensternen. Weißt du, was das bedeutet?« »Nein«, antwortete Echo. »Das bedeutet, dass ich eine Diplom-Schrechse mit fünf Totensternen bin. Das bedeutet es. Ich habe über das Kapillarsystem des Hexenhutpilzes promoviert. Ich habe 34 Semester Proposophie studiert. Das ist prophezeiende Philosophie. Ein Fach, das nur Schrecksen studieren können. Nur jede Hunderts der Schrechse hat fünf Drohnensterne. Meine Diplom-Mutter war die legendäre Boiler-Kropf, mein Lieber. Das bedeutet es.« Izanuela schnaufte und zeigte auf ein goldenes Gefäß in einem Regal. »Und siehst du jenen Pokal? Das ist der grüne Daumen von Wassertal, die begehrteste Auszeichnung auf dem Gebiet der floristischen Botanik. Dreimal darfst du raten, wer dafür insgesamt dreimal nominiert wurde und einmal ausgezeichnet. Ich gebe dir einen Hinweis. Die Person steht vor dir, trägt meinen Namen und ist die letzte Schrechse von Sledvaya.« Izanuela hatte ihren Vortrag mit hoch erhobenem Kopf gehalten. Sie schielte wie verrückt und wackelte mit den Ohren vor Erregung. Sie schien auch noch stolz darauf zu sein, Echo derart übers Ohr gehauen zu haben, aber das konnte ihm nur recht sein. Besser eine Diplom-Schrechse als die schlechteste von Zermonien. »Gibt es noch mehr Dinge, die ich wissen sollte?«, fragte er. »Jetzt, wo wir Partner sind?« Izanuela sah auf Echo herab und lächelte. »Jetzt muss ich dich wirklich mal loben, mein Kleiner«, sagte sie herablassend, »für deine guten Manieren. Eine Frage muss dir doch wirklich auf der Zunge brennen.« »Welche denn?«, fragte Echo. »Na, die Frage, wie das mit der Treppe funktioniert. Aber du traust dich nicht, stimmt's?« »Das würde mich in der Tat interessieren«, gab Echo zu. »Dann sieh dich mal um. Was glaubst du, ist das größte Gewächs in diesem Raum?« Echo ließ seinen Blick schweifen. »Der dicke blaue Kaktus da«, sagte er dann, »das ist der größte.« »Falsch geraten. Aber es gibt keine größeren. Du guckst nicht richtig hin. Was meinst du, woher die fetten Wurzeln im Boden und in der Erde standen?« »Na, von irgendwelchen Bäumen nehme ich an. Und hast du irgendwelche Bäume in der Schrexengasse gesehen?« Echo musste überlegen. »Nein, in der Schrexengasse gab es überhaupt keine Bäume.« »Die nächsten Bäume wachsen im Stadtpark«, lachte die Schrexse. »Der ist hundert Meter entfernt. So lange Wurzeln hat kein Baum.« »Du meinst?« Echo sah nach oben. »Genau«, sagte die Schrexse. »Das Haus ist die größte Pflanze. Hier alle Häuser in der Schrexengasse sind Pflanzen. Und sie sind lebendig. Verdammt lebendig sogar.« Izanuela nahm einen Blumenstock und schlug damit auf die fette, schwarze Wurzel, die sich zu ihren Füßen schlängerte. An mehreren Stellen öffnete sich die Rinde und dahinter kamen große, traurige Augen zum Vorschein. »Schrexeneiche«, sagte Izanuela, »eine der ältesten Pflanzen Zermoniens. Nur die Schrexen wissen von ihrer Existenz. Was dich im gewissen Sinne zu einer Schrexe macht, du kannst doch ein Geheimnis für dich behalten.« »Natürlich«, beeilte sich Echo zu sagen. »Gut, du willst gar nicht wissen, was passieren würde, wenn du das ausplauderst.« Izanuela sah Echo lange und eindringlich an und zum ersten Mal fürchtete er sich wirklich vor ihr. In ihrem Blick funkelte die jahrtausendealte Macht des Schrexenwesens. Ihm wurde furchtbar kalt, als würde sich ein riesiger Schatten auf ihn legen und er glaubte, für einen kurzen Moment wieder jene unheimliche Musik zu hören, die er beim ersten Anblick des Schrexenhauses vernommen hatte. »Ein Blick wie eine Drohung, ein Blick wie ein Fluch«, Echo erschauderte. Dann erlosch das Funkeln wieder, und sie fuhr mit ihrem gutmütigen Schielen fort. »Diese Pflanzen existieren bereits viele tausend Jahre, bevor Slidweyer gegründet wurde. Die Schrexen erkannten als einzige, dass sie bewohnbar waren, und die Schrexen waren auch die einzigen Lebewesen, die von ihnen als Bewohner akzeptiert wurden. Mit den Jahrhunderten nahmen die Bäume immer mehr das Aussehen von Häusern an, bis niemand mehr vermutet hätte, dass sie tatsächlich Pflanzen waren. Um die Schrexenkolonie herum entstand die Stadt Slidweyer, die Schrexen aber bewahrten ihr Geheimnis für sich und gaben es von Generation zu Generation weiter. Die Augen in der Wurzel schlossen sich langsam wieder. Es sah aus, als ob sie einschliefe. »Ich kann dir sagen, dass es nicht unbedingt ein Zuckerschlecken ist in einer lebendigen Pflanze zu Hausen. Sie haben ihre Macken, Launen, Zustände, Gewohnheiten. Das muss man abkönnen, sonst wird man wahnsinnig. Dauernd verändert sich was, es verrücken die Wände oder Fenster wachsen zu, Wurzeln liegen plötzlich da, wo vorher keine waren, und man fällt böse auf die Schnauze. Nachts brummen sie, deshalb trage ich Ohrstöpsel.« Echo sah sich ängstlich um. Kein sehr beruhigendes Gefühl, sich in einem lebendigen Wesen zu befinden, als wenn er von einem Riesen verschluckt worden wäre. Jetzt wusste er, warum er instinktiv eine Furcht vor den Häusern verspürt hatte. »Keine Angst«, beschwichtigte Izanuela, »sie sind absolut gutmütig. Ich habe jedenfalls noch nie erlebt, dass sie böse geworden wären.« Sie stieg über die Wurzel hinweg und ging zu einem großen Gesindetisch, der sich unter der Last zahlreicher gefüllter Blumentöpfe bog. Das Thema war anscheinend erledigt, obwohl Echo gerne noch mehr über die lebenden Häuser erfahren hätte. »Das hier ist die medizinische Abteilung«, fuhr sie fort. »Das ist wieder so eine irreführende Einordnung, denn irgendwie kann man fast jede Pflanze zu medizinischen Zwecken benutzen, auch die giftigsten. Aber die hier sind einfach besonders leistungsfähig. Das fängt mit der einfachen Schnupfenprimel an und hört mit der Klapsmühlen-Gurke noch lange nicht auf.« Izanuela deutete auf eine Gurke, die auf verrückte Weise in sich selbst verdreht war. Mit ihr kann man schwere Geisteskrankheiten kurieren, aber auch welche hervorrufen, wenn sie falsch dosiert wird. Als Eispins Schloss noch eine Irrenanstalt war, hat man dort damit die Patienten gefüttert. Kein Wunder, dass das im Chaos endete. Die Schreckse deutete auf ein paar unscheinbare Pflanzen. Das da ist desinfizierender Knöterich und das ein Ätherschwamm. Mit dem Saft dieses Kaktus hier kann man Haarausfall bekämpfen, aber es wachsen einem dann Stacheln. Eitergras, Darmdiestel, schwarzer Onkel, ich erzähl dir lieber nicht, gegen welche Krankheiten die wirksam sind. Echo war fasziniert. Dies war in jeder Beziehung der Gegenentwurf zum Labor des Schrecksenmeisters. Dort eispinsmorbides Reich, angefüllt mit ausgestopften Leichen und gefährlichen Chemikalien, Krankheitserregern und konservierten Todesseufzern. Und hier ein Fest des Lebens, eine lebendige, wuchernde, atmende Welt, in der alles dem Zweck der Heilung diente. Beim Schrecksenmeister die beißenden, alchemistischen Gerüche, hier die frühlingshaften Blütendüfte. Er wäre am liebsten gleich eingezogen. Aber Schluss jetzt mit Krankheiten, befahl die Schreckse, ein unerquickliches Thema. Sie gelangten zu einem großen Tisch, der mit Geräten beladen war, die allesamt aus Eispins Labor hätten stammen können. Glasflaschen und Reagenzgläser, Fiolen und Mörser, farbige Flüssigkeiten und Pülverchen, Mikroskope und Pinzetten. Aber gegen die Ausrüstung des Schrecksenmeisters war das hier nur ein Chemiebaukasten. Das ist meine Destille, grinste die Schreckse. Ich kann damit sicher nicht gegen Eispins Laboratorium anstinken, aber hier auch das eine oder andere Tränklein mixen. Übrigens, von wegen Placebo-Warzensalbe. Es ist die wirkungsvollste Anti-Warzensalbe von ganz Zermonien. Du tust sie auf eine Warze und am nächsten Morgen fällt sie ab. Sowas gibt's in der ganzen Apothekenstraße nicht. Hier, ein Mittel gegen Erkältung, destilliert aus Schnupfenprimel. Du nimmst sie und fünf Minuten später ist die Grippe weg. Den Arzt möchte ich sehen, der so ein Medikament verordnen kann. Die Schreckse hielt ein Reagenzglas mit grünem Pulver hoch. Es gibt kein Mittel gegen Kater, stimmt's? Da muss man durch, nicht wahr? Echo dachte an seine Weinverkostung mit dem Schrecksenmeister und nickte. Falsch, rief die Schreckse. Hier, dieses Pilverchen, ein Löffel davon in den Kaffee. Und du bist so klar wie ein Anti-Alkoholiker. Die Tinktur da beendet jede Migräne. Die Pille hier jeden Zahnschmerz. Hier, ein Likör, mit dem man Magengeschwüre auflöst. Blinddarmentzündung? Kau diese Wurzel und der Blinddarm heilt sich selbst. Masern? Dann einfach meine Masernsalbe draufschmieren. Das Jucken vergeht in Sekunden. Gelbsucht trinkt dieses Wässerchen und deine Leber ist wieder in Schuss. Izanuela bereitete die Arme aus. Ich habe hier unten Mittel erfunden, gegen jede zweite Krankheit, die Eispinden da oben aushäckt. Wir führen ein ewiges Duell, wir beide. Er weiß es nur nicht. Lass uns loslegen, rieb Echo, der sich von der Begeisterung des Vortrages hatte mitreißen lassen. Wann brauchen wir unseren Liebestrank? Jetzt? Die Schreckse hob beschwichtigend die Hände. Nicht so hastig, sagte sie. Da muss ich mich erst in der einschlägigen Literatur kundig machen. Sie langte unter den Tisch und förderte eine gewaltige lederne Schwarte hervor, die sie derart krachend auf die Platte fallen ließ, dass sämtliches Glas ringsum klirrte. »Das Schrexenkochbuch«, erläuterte sie, »darin sind sämtliche Rezepte des Schreximismus festgehalten, auf urschrexisch.« Sie schlug die erste Seite auf und las das Motto vor. »Njot strops no pirni, hapfelzach, hapfelzach strops no pirni.« »Kannst du das auch übersetzen?« »Nicht für das Lernen leben wir, wir lernen für das Leben«, antwortete Echo. »Richtig«, sagte Izzanuela, »dann wollen wir mal sehen«, sie blätterte lange in der Sparte. »Hexenhutpilzsuppe, hm, Bilsenkrautroulade, Stechapfelsaft, hm, Wirrwasser, Natterndistelsalat mit Lärchenkotze.« Sie stieß mit dem Finger auf eine Seite und rief triumphierend, »Da, Schrexenliebestrank, extra stark.« »Hast du es?«, fragte Echo aufgeregt. »Hast du es?« Die Schrexen brummte so lange vor sich hin, dass das Echo wie eine Ewigkeit vorkam. »Puh«, sagte sie dann, »verdammt starker Tobak, wir brauchen Knorpelplattig, Büschelschön, eine Champagnerente, einen Dickfußröhrling, einen dornigen Wurmfahn, zwölfblättrigen Glückskeh, eine Friedhofsumpfanemone, Gletscherhahnfuß, Greisenkraut, einen Perlwulstling, einen Pfund Schraubenalgen, Spatzenspargel, herrje, was denn noch, Trichtertrolltrompete, Wachtelweizen, Knöllchenknöterich, Klee-Teufel, Infloreszenzkohl, eine Ranunkelramarline, zwei Schattenschalotten, hm, 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 Endlich blickte die Schrechse auf. Wie schon befürchtet, mein Dicker, das wird kein Spaziergang. Gut, die meisten Sachen habe ich da, und die anderen kann ich bei befreundeten Schrechsen bestellen, aber da ist eine Zutat, die ist so gut wie unmöglich zu besorgen. Es ist eine Pflanze, die fast ausgestorben ist. Keine Schrechse weiß, wo noch was davon wächst. Echo sank das Herz. Die ganze Begeisterung war wie weggeblasen. »Wie heißt sie denn?« fragte er niedergeschlagen. »Kratzenminze«, sagte die Schrechse, ein enorm wirkungsvolles Kraut. »Kratzenminze«, rief Echo, »ich weiß, wo welche wächst.« »Tatsächlich? Wo denn?« »Auf Eispins Dach, ein dicker Strauch in voller Blüte.« »Das ist ja hervorragend! Ich dachte schon, das wär's gewesen«, sagte die Schrechse erleichtert. »Ich kann ein paar Blätter abreißen und hierher bringen, kein Problem!« Izzanoela glotzte noch einmal lange ins Buch. »Mmm«, brummte sie wieder. »Ein paar Blätter bringen nichts. Ich brauche keine toten Blätter, ich brauche die ganze lebende Pflanze. Du musst sie mitsamt der Wurzel ausgraben.« »Aber das kann ich nicht«, jammerte Echo. »Sie ist riesig. Ich bin nur eine kleine Katze.« Die Schrechse sah Echo lange an und Echo starrte zurück. Eine Weile herrschte tiefes Schweigen und es wurde so still, dass man das Friedhofslicht wispern hörte. »Nein«, sagte Izzanoela dann, »das ist nicht dein Ernst!« »Doch«, sagte Echo, »es hilft nichts. Du musst mit rauf aufs Dach.« »Aber das kann ich nicht«,